Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und heute zu einem etwas anderen Video und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr an die Schildweberin Rüstung kommt. Das ist eine Rüstung, die macht euch fast unbesiegbar, aber dass wir diese Rüstung bekommen, brauchen wir Energiezellen oder auch Energiekerne. Dazu brauchen wir 5 Stück und wo ihr diese findet, will ich euch in diesem Video zeigen. Bleibt also dran. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis ich euch alles gezeigt habe, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall dran. So, es sind insgesamt 5 Energiezellen. Die 4. habe ich leider schon eingesammelt im Laufe der Hauptquest. Wo dieser Standort der 4. ist, zeige ich euch aber trotzdem. Ich werde das alles ein bisschen zusammenschneiden, diese Wege. So, angefangen jetzt natürlich bei der Ersten. Ich zeige es euch mal auf der Karte, wo das ist. Und zwar ist es östlich von Mutterswacht. Das ist praktisch der Untergrundbunker aus dem Prolog. Wenn ihr euch da noch drinnen könnt, wo ihr kleine Aloy hattet, habt ihr da in so einem Bunker, wart ihr in so einem Bunker drin und da gibt es die erste Energiezelle. Und wo es die jetzt gibt, da gehen wir jetzt hin. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Erstlich von Mutterswacht. Ruinen. Da müsst ihr hin. Okay, dann starten wir mal. Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal gehen, was ich finde. Wir müssen nochmal schauen, wo das genau war. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo das war. Ich zeige es euch jetzt. Wenn ich mir jetzt hier nicht verlaufe. Wahrscheinlich verlaufe ich mich wieder. Hier, spring mal runter. Und weiter geht's. Seht's mir nach, wenn ich ein bisschen schnell durchwende jetzt. Ich will halt, äh, das Video nicht zu lang gestalten. Also, wenn's euch zu schnell gehen sollte, drückt einfach auf Pause. Spult zurück und dann seht ihr es auch. Okay, hier war's nicht. Ah, hier war's durch. Genau. Okay, hier ist das ein. Okay, hier war's noch nicht. Dann gehen wir noch weiter. Okay, hier war's noch nicht. Müsste eigentlich jetzt eine Energiezelle. Dann kriegt ihr jetzt natürlich auch, weil ihr jetzt mit dem Speer hier das öffnen könnt. Genau. Erste Energiezelle. Tada! Ich finde immer mehr Energiezellen. So. Wozu sind die gut? Und wir springen zur zweiten Energiezelle. Bis gleich. Ich bin vom Schneematt schon total durchnässt. So, die zweite Energiezelle befindet sich am besten geportet, äh, zu dem Lagerfeuer Mutterswacht. Ich zeig's euch mal auf der Karte. Genau, das hier. Und müsst dann zum Tempel der Allmutter oder Urmutter. So, und da gehen wir jetzt rein. Ich zeig euch jetzt den Weg zur zweiten Energiezelle. Schauen, ob ich das jetzt gleich noch finde. War das hier? War das hier? Tada! Dort ist die zweite Energiezelle. Eine Energiezelle wie die, die ich schon gefunden hab. Müsst aber auch aufpassen. Es könnte natürlich auch sein, dass die Energiezelle, äh, woanders liegt. Das ist mir vorher schon mal aufgefallen. Das zeig ich euch jetzt, wo das noch sein könnte. Äh, mal schauen. Das müsste... Ah, komm, geh durch. Mei, was ist denn jetzt da? Irgendwo war noch ein Weg. Hier wird die Verderbnis filmen, die sich in unserer Welt ausbreitet. Die Gesalbte wird die Verderbnis jenseits des heiligen Landes beseitigen. Sie hat sie. Hier hat man die andere gefunden. Genau, bei mir ist die schon mal... Genau, weil... Hier geht's zum Gang rein. Bei mir ist die schon mal hier in dem Gang gelegen. Also nicht wundern, wenn sie vielleicht nicht dort liegt. Die war bei mir hier schon mal in dem Gang drin. Okay, Energiezelle 2 abgeschlossen. Bis gleich zur dritten. Und zur dritten Energiezelle, die sich befindet, äh, Schöpfersende. Also am besten geht ihr dann hier auf das Lagerfeuer und dann müsst ihr halt hier den Turm ganz, ganz weit hochklettern. Ich geb euch einen Tipp, nehmt's am besten gleich mit, wenn ihr die Quest macht, Schöpfersende. weil es dann einfach leichter ist. Weil wenn ihr das nicht mitnehmt, so wie ich zum Beispiel, ihr braucht halt 10 bis 12, 13 Minuten, bis ihr auf dem Turm ganz oben seid. Das dauert halt ewig. Die Wege sind recht verzwickt. Und ja, das dauert halt ein bisschen. So, wenn ihr ganz oben seid, Stockwerk Nummer 12, könnt ihr euch merken. Also ganz, ganz hoch. Bis es nicht mehr weitergeht. Ja, und dann geht ihr hier hoch. Immer schön hier hoch. Und hier ist die Energiezelle Nummer 3. Eine fünfte Energiezelle. Die müssen irgendwo hingehören. So, und wo es jetzt zur vierten Energiezelle geht, die ich ja leider schon eingesammelt hab, aber ich zeig euch den Standort natürlich trotzdem. Das zeig ich euch jetzt. Bis gleich. Hallo, und zur vierten Energiezelle. Diese befindet sich am Grabhort. Und zwar in diesem Dungeon. Am besten ihr portet zu dem Lagerfeuer. Geht dann diesen Weg hier hoch. Bis ihr in dem Dungeon angekommen seid. Und dann zeig ich euch jetzt mal den Weg. Immer schön hier runter. Das müsste eigentlich ziemlich gleich am Anfang sein. Das ist ja die Energiezelle, die ich schon eingesammelt hatte. Aber ich weiß diesen Standort noch. Ja, die war es nicht. Genau, wir müssen hier weiter. Genau, wir müssen dann mit dem nächsten Seil auch noch runter, eine Etage tiefer. Genau, die Energiezelle befindet sich dann hier. Und falls sie hier nicht liegen sollte, liegt sie dann in diesem Raum. Und dann müsst ihr dann schauen. Ich glaube eher da hinten. Genau, das zur vierten Energiezelle. Dann würde ich sagen, auf zur fünften. So, und der fünfte Energiekern liegt auf der Karte hier ganz, ganz oben. Bei Gaia Prime und den Weg dorthin zeige ich euch jetzt. auf der Karte Noch eine von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? So, wenn ihr jetzt alle fünf Energiezellen gefunden habt, ist ein langer, beschwerlicher Weg, ich weiß, aber es lohnt sich. Dann müssen wir die Quest Altes Waffenlager aktivieren. Die Quest bekommt ihr, sobald ihr eine Energiezelle gefunden habt, bekommt ihr die Quest schon. Und dann könnt ihr die auch, ich würde sie natürlich erst aktivieren, wenn ihr alle fünf Energiekerne gefunden habt. So, diese Quest aktivieren und dann zeige ich das euch auf der Karte nochmal, wo das ist. Genau, geht am besten zu dem Lagerfeuer, wo auch gleich ein Händler steht. Dort portet ihr hin und müsst dann natürlich hier hoch. Hier auf dem Felsen hoch. Genau, bis ihr vor so einem riesigen Loch steht. Und da könnt ihr runter. Braucht auch keine Angst haben. Einfach runterspringen. Genau, da geht es nämlich ins Wasser rein, Leute. So. Hier gibt es auch eine Metallblume zu finden, falls ihr noch welche braucht. Und dann gehen wir mal weiter. So, und da vorne seht ihr schon das begehrte Stück. Da ist schon die Rüstung. Genau, um an diese Rüstung zu kommen, braucht ihr jetzt natürlich alle fünf Energiezellen, damit sich dort die Türen öffnen. Die ersten zwei setzt ihr hier rein. Und ich sage euch auch nochmal den Code von dem ersten Puzzle. Das wäre oben, also von links angefangen. Oben, rechts, unten, links, oben. So, dann öffnet sich die Tür und die könnt ihr hier rein. So, die setzt aber immer noch... Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Genau, die setzt natürlich immer noch fest, die Rüstung. Ich komme dort nicht ran, weil ich eben das letzte Puzzle noch nicht gelöst habe. Da wollte ich halt, dass ihr dabei seid. Genau, das heißt, wir setzen hier in den Energiekern ein. Nur noch zwei. Und setzen hier in den Energiekern ein. Nur noch eine. Eine, ja. Genau, und hier die letzte. So, wir werden es dann fünf. So, und wir fangen wieder an. Von links nach rechts. Jetzt müssen nur noch die Schalter richtig stehen. Es muss eine Art Code geben. Geschafft. Dann will ich mir mal die Rüstung darin ansehen. So, der Code lautet... Auch wieder gesehen, von links nach rechts. Rechts, links, oben, rechts, links. Und somit sind alle Türen geknackt. Alle Energiezellen sind verwendet. Und wir müssten jetzt die Rüstung nehmen können. Aufnehmen. Schildweberin-Rüstung. So, und wir rüsten sie natürlich gleich aus. Na, wo ist sie denn? Ach, Outfit-Kiste. Okay. Genau, das ist die Outfit-Kiste. Nehmen sie. Und legen sie natürlich auch gleich an. Schildweberin-Rüstung. Ausrüsten. Sehr selten alte Technologie, geborgen von Aloe und Nora Leder gestickt. Baut einen schadensabsorbierenden Kraftschild auf. Braucht nach Abbau Zeit zum Aufladen. So, das heißt praktisch, dass diese Rüstung macht euch eigentlich sozusagen fast unverwundbar. Und ihr müsstet natürlich dann das Ganze viel, viel leichter haben, durchs Spiel zu kommen. Ich hoffe, euch hat der Guide ein bisschen gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Schaut auch ruhig das Let's Play an. Bin ja da fleißig dabei mit Horizon Zero Dawn. Und ansonsten, jo. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi. Ciao, ciao.